Nachdenkseiten Die kritische Website Absturz auf ein Drittel Die Quittung für den Verrat an der Friedenspolitik Ein Beitrag von Albrecht Müller Neue im Schrifttext verlinkte Umfragen zeigen die SPD bei rund 15%. Ihr bestes Ergebnis bei Bundestagswahlen am 19. November 1972 lag bei 45,8%. Das war der Dank und der Respekt der Wählerinnen und Wähler für die in den 60er Jahren eingeleiteten und mit Beginn der ersten sozialdemokratischen Kanzlerschaft im Jahre 1969 konsequent verfolgten Politik der Verständigung. Eine der wichtigen Aussagen lautete damals Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Ohne Zweifel hat die SPD beginnend in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik entscheidend geprägt. Nicht mit Aufrüstung, Abschreckung und Politik der Stärke, sondern mit Entspannung, mit Verständigung, mit Friedenspolitik und mit sogenannten vertrauensbildenden Maßnahmen. Diese zentralen Erfolge der SPD werden von der heutigen Führung gedankenlos verraten. So hat der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil am Wochenende in einem im Schrifttext verlinkten Sommerinterview der ARD zum Ukraine-Konflikt Russland alles Böse unterstellt, was man sich ausdenken kann, wenn man Aggression aufbauen und Vertrauen zerstören will. Zum Beleg zitiere ich die Aussagen des SPD-Vorsitzenden ab ca. Minute 2330, nachdem der interviewende auf eine Äußerung von Sarah Wagenknecht zur Friedenspolitik aufmerksam gemacht hatte. Zitat Das ist nun 23 Jahre her. Der Westen hat Russland von der gemeinsamen Sicherheitspolitik ausgeschlossen, nicht umgekehrt. Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD die Quittung für diesen Verrat eines der wichtigsten Teile ihrer Politik ausgestellt. Bei den letzten Bundestagswahlen im Jahr 2021 erreichte sie gerade mal noch 25,7 Prozent. In Umfragen erreicht sie heute ungefähr 15 Prozent. Das ist genau ein Drittel dessen, was die SPD am 19. November 1972 sozusagen zum Abschluss ihrer Friedenspolitik eingefahren hat. 45,8 Prozent. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und Sie können uns auch bei uns abgeben, wenn Sie auch bei uns abgeben,